Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mensch, ist da ein Kanarosa? Gibt es da? Da wird es Zeit! Servus und? Servus! Wie soll ich das machen mit meinem Kumpel? Ja, das kriegen wir schon. Da habe ich eine Idee am Kumpel. So einfach! Da ist es sehr schön! Ich muss mich bei dir einmal bedanken, weil ohne deinen guten Tipp hätte ich keinen saufen können. Ich habe ein Donnerfüß vorgesehen. Was hätte ich mit dem Kumpel gemacht? Ich habe ein Donnerfüß vorgesehen. Der Kirschstein ist auch da. Wo soll der Kirschstein sein? Ah du Blödel! Das ist der Kirschstein! Pass auf! Schönen Felder! Mein Kumpel wiederholen, der hat auch Durst. Ja, den trinken wir auch. Der hat auch Durst. Der hat auch Durst. Hätte jetzt kein Bier saufen können. Da haben sie sich echt was einfallen lassen. Dankeschön! 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 Schöne an video! Dankeschön! Dankeschön! So cool.